Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Half-Life LX. Nun ist es endlich wieder mal soweit. Ich wage mich ins Abenteuer. Hier in Half-Life. Das bin ich ja eigentlich noch etwas schuldig. Da ich ja einfach sehr abrupt eine Pause gemacht habe. Genau, von daher geht es jetzt endlich weiter. Mit einem neuen Setup, was das Cover-Management betrifft. Okay. Mal schauen, was es hier für uns gibt. Das ging einfach. Oh, Wurmi. Rette mein Leben. Auch wenn ich es nicht brauche. Danke. Dann haben wir hier noch Munition. Noch mehr Munition und noch mehr Munition. Und hier können wir nicht rein. Okay. Gut. All right. Here it is. Now, just snip those cables and off we go. Sieht schon echt beeindruckend aus. Wow. Oh. This isn't gonna be as easy as it looked from the ground. Nice. Here you go. Klappt ganz gut. Keine Ahnung, ob das... Autsch. Wirklich richtig ist. Oder gut, was wir hier machen. Great. Now go inside and deactivate the power source. Ein Kabel weg. Äh, ich kann mich jetzt erstmal heilen wieder. Hier. Schliesslich lasse ich das nicht mit mir machen. Danke sehr. Äh. Gut. Weiter geht's. Jetzt müssen wir das Kabel, äh, die Power Source kappen. Und das machen wir wahrscheinlich hier. Ja. 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 Du bist frei. Du bist hier. Du bist unsere Freunde. Was machen Sie hier? Du bist unsere Freunde. Was machen Sie hier zu Ihnen? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Oh. The Combine drain from us the power they use to protect their weapon. There, there, there. We are ripped from ourselves. We have to stop them from killing your friends. The Vorygaunt will extract ourselves and exact our own visions. You must go to the weapon. Well, I can't get into the vault if the substations are still online. Do not worry, Alex fans. They will not be. We will not allow it. I will clear the path. Our paths pervert. But remember, there is no distance between us. We are coterminous. Thanks. Good luck. Bye. Okay. That was a nice Vorygaunt. Eh. Eh. It's a lock. We have a lot of trust in that Vorygaunt to shut down all the substations. I, I trust him. Yes, me too. Eh, because if he doesn't, that vault isn't going anywhere. And we'll be standing there with no vault to break into, surrounded by convoy. Rust, trusting him is our only plan here. He'll do this. We can do this. Yes. You're right. He'll be fine. We're all going to be fine. Und weg ist der Lift. Und weg ist der Lift. Ach ja, stimmt. Die haben wieder alle Autos durchsucht, das letzte Mal. Daran erinnere ich mich noch. Scheiße. Äh. Manaten habe ich keine. Haben keine Patronen, was? Ich hab ja nichts. Ich hab ja gar nichts. Ich hab ja gar nichts. What the hell? Alex? 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 Ich hab ja gar keine Munition. Oh Mann. Ich hab ja gar nichts dabei. Soll ich das bitte schaffen? Ich glaube ich weiss, wieso ich das letzte Mal aufgehört habe. Und vor allem weil das Spiel in letzter Zeit so rumpackt. Ich hab ja gar nichts dabei. Das letzte Mal. Ich check gar nichts mehr. Und Granaten hab ich auch keine. Ah, hier wär ja Munition gewesen, Mann. Ich bin schon blind. Ich bin schon blind. Das waren jetzt zwei gute Schüsse. hit. Ich muss versuchen die Köpfe zu treffen. Okay. Oh shit Oh shit Oh shit Der Chip hier ist tot Glaube ich zumindest No Nim też Ja tenaun! Ah, fuck you. Oh, mein Gott. Könnte man auslassen. Ja. Schön. Warum ist das Spiel einfach nicht mehr flüssig, so wie es damals war? Da ist ja eigentlich der Cursor irgendwie dort. So. So. Der Typ ist weg. Jetzt kommen gleich nochmal zwei Drohnen. Jetzt kommen gleich nochmal zwei Drohnen. Ich bin gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 No! Fuck you! Mann! Habe ich echt keine Lust mehr drauf. Das Spiel mobbt mich einfach so sehr. Das Spiel mobbt mich so sehr. Das glaubt ihr nicht. Ganz ernsthaft. Das Spiel mobbt mich so sehr. So... Das Spiel mobbt mich so sehr. Alter Leute! Alter! Hey, fuck you! Bye. Bye. 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1